Dürfen Katzen eigentlich Käse fressen? Diese Frage stellen sich bestimmt viele Katzenbesitzer, denn oft sind die Stubentiger ganz heiß auf den leckeren Snack. Experten raten, den Vierbeinern nur gelegentlich ein kleines Stück Käse als Zwischensnack zu geben. Der Grund? Ausgewachsene Katzen vertragen keine Laktose. Ihnen fehlt das Enzym Lactase, das den Milchzucker spaltet und verarbeitet. Fressen Katzen Käse kann es zu unangenehmen Verdauungsbeschwerden wie Durchfall und Magendarmproblemen kommen. Auch der hohe Kalorien- und Salzgehalt machen den Käsesnack nicht unbedingt gesünder. Wer seinem Haustier aber gerne ein Stück Käse füttern möchte, der sollte auf laktosefreie oder laktosearme Käsesorten zurückgreifen. Dazu gehören einige Hartkäsesorten wie Edama, Gouda oder Parmesan. Weich- oder Schimmelkäse ist für Katzen grundsätzlich tabu. Katzen mit Nierenerkrankungen sollten dagegen gar keinen Käse fressen. Bei Unsicherheiten solltet ihr euren Tierarzt oder eure Tierärztin um Rat fragen.